Wunderschöne, Hallöchen, Popolchen, Herzlich Willkommen bei meiner neuen Folge von Black Ops. Wir spielen in der Runde Black Ops und ich habe heute wieder ein tolles Thema. Und zwar... Und zwar machen wir das heute so schön... Ähm, jetzt halt um... Um das Thema... Was machst du mit 10.000 Euro? Ja! Ich habe mir gedacht, einfach mal so ein geiles... Geiles Thema, was würdest du damit tun? Also ich muss dir nicht sagen, ich würde mir erstmal einen fetten Urlaub gönnen. Ähm... Richtig einen lustigösen Urlaub, so nach... Scheiß nicht, nach Australien. Fett zu fliegen. Weißt du? Und... Das wäre natürlich richtig geil, ja? So richtig fett nach Australien. So mal in der Woche, 3-4 Wochen da schon abchillen, das Land zu bereisen. Das würde ich echt mal machen. Und die anderen... 500.000 würde ich einfach... Sparen, weißt du? Einfach mal... Einfach mal so... Was geiles machen, weißt du? So... 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 So was gönnen... Weißt du? Ein feindlicher Hacker hat die Kontrolle über ihre Stolpermine gekapert. Ich habe auch deine Bankverbindung. Ihre Systeme wurden durch einen feindlichen Hacker infiziert. Der Feind hat die Kontrolle über ihre Stolpermine übernommen. Ja, super. Das war mal nett von dir. Meine Herren. Boah... Ich muss... Ich muss immer reingehen und dann schießen. Hab ich mir angeguckt von anderen. Weißt du? Von anderen... Mitspielern. Das ist mal hier. Äh, ja. Jawoll! Äh, okay. Ja, genau. Das würde ich auf jeden Fall tun. Und dann würde ich mir auch... Und dann würde ich halt mal gucken... Boah, jetzt haben wir... Junge. Jetzt aber. Junge, wie viel hat der geschluckt, Alter? Hat er übel geschluckt, Alter? Achtung! Feindlicher Taktik-Einstiegsmarker ist aktiv. Oh, nein! Ja, genau. Ja, super. Das würde ich auf jeden Fall machen. Dann würde ich mir... Das würde ich mir denn noch machen. Dann würde ich mir erst mal... Ja, das besparen. Wohnung vielleicht. Ähm, gucken. Ähm, okay, nicht. Vielleicht ein... Ja, eigentlich nur noch Urlaub. Das würde ich... Ich habe jetzt gar kein Visier. Was ist hier los? Okay. Na, komm. Geh nach Hause. Weißt du? Und dann würde ich mir halt vielleicht auch noch... Oder zwei Urlaube vielleicht sogar. Das würde ich auf jeden Fall machen, so. So fett. Erstmal schön etwas chillen. Erstmal einen schönen Monat Urlaub machen. Und dann... Würde ich mir auf jeden Fall mich erstmal schön zurücklöhnen. Und dann erstmal das Leben genießen. Klar, logisch. Wer macht das nicht? Ähm. Und dann würde ich mal gucken, ähm... Was es so gibt Schönes. Also, ich würde auf jeden Fall das Geld erstmal nicht raus... Das Geld nicht einfach... Das Geld nicht einfach raus... Ausballern, sondern... Erstmal schon sparen, irgendwie. Also, auf jeden Fall 5000 Euro. Schon fett Urlaub machen. Schön erstmal fett. Und dann vielleicht noch eine neue... Vielleicht dann noch eine neue Kamera sich gönnen. Was ist das für ein Urlaub? Alter. Sagt mal. Ja, los, Alter. Sind wir da... Ist da weg? Wahrscheinlich. Komm her. Boah, nein. Aber der hätte schön... Der hätte schön... Der hätte schön weggesnatchen können. Auf jeden Fall. Und das würde ich so machen. Und dann würde ich mir... Oder... Ich würde vielleicht auch, ähm... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht auch so... Ja, so... So vielleicht... Neues Handy. Nein, neues Handy nicht. Aber ich würde so... Für den Urlaub machen. Fett. So ganz entspannt. Und, ähm... Und dann... Feindlicher Taktik-Einstiegsmarker ist aktiv. Dann würde ich mir so einen fetten Urlaub gönnen. Ne, weißt du, ist doch schön. Boah, Alter. Eispickel läuft. Ich wusste gar nicht. Ja, Eispickel jetzt stimmt. Läuft. Ich würde dir gleich helfen, was so läuft. Erwinter Drohnen Einsatz. Alter. Wie bekloppt rumgeschossen, Alter. Der Hälfte gegen daneben, aber muss egal. Er ist meck. Dunkelheit, zieh auf. Los. Oh, der hätte ich weggemacht. Auf jeden Fall, das würde ich schon machen. Was würde ich machen? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.